Hi Fans, alles easy? Ja, wo ist der Turbo-Rennen mit der Zugbahn? Genau, Turbo-Rennen ist immer gut für Überraschungen. Ich habe eine ganz tolles, eine alte Zugbahn vom Valentin-Zugbahn gestimmt und auch hergestellt. Also ganz fein mit dem Goldrandbalk und innen rot drinnen. Also die ist dreikörig, ohne Register, wirklich super leicht, super Zustand, Alpe 3 also. Und die hat mir freundlicherweise ein ganz guter Musikkollege, der Wolchhofer Franz aus Altenmarkt, zur Verfügung gestellt. Franz, herzlichen Dank dafür. Und ich werde natürlich, weil das ja eigentlich das Instrument ist, was der Joschi Burnik damals verwendet hat von den Alpenobergränern, werde natürlich diese Sounds samplen von diesem tollen Akkordeon, dass du dann auch deine Zugbahn hast für die Alpenobergräner-Sachen. Und geht uns wieder drauf, kurze Prostprobe. Musik 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 Genau, also fährt wirklich gut. Und hat also wirklich den, annähernd, vielleicht jetzt nicht sagen, denselben Sound da, annähernd, so wie ein Burnex rein, das ist super gestimmt und da kannst du dann die ganzen Alpenwogrener spielen wie ein Trachtenfest nehmen. Also geht wunderbar und ich freue mich schon auf die Sounds, die werden bestimmt wieder hammermäßig. Franz, danke und euch alles easy, solange der Turbo rein ich. Vielen Dank.